hallo meine lieben da bin ich wieder so heute noch mal wieder ein schnelles video ich mache heute ein refill mit acryl gel die kundin war letztes mal auch schon bei mir die habe ich auch gefilmt guckt euch mal eins der letzten videos an das grün müsstet ihr wieder erkennen heute wie gesagt auffüllen mit acryl gel und wieder neuen fullcover farbe hatte sie sich diesmal ausgesucht das amazon was oder amazon heißt amazonas zeige ich euch auch nachher sieht super klasse aus also schaut euch das video bis zum schluss an ich mache ihr noch ein bisschen nail art mit 4d obendrauf aber wirklich nur irgendwie was kleines sie wollte was kleines haben mit ein bisschen was goldenes und schaut einfach ein bisschen zu ich spiele euch zwischendurch immer ein bisschen musik mit ein ansonsten wenn es was wichtiges gibt melde ich mich bei euch und ansonsten wünsche ich euch viel spaß bis dann so 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 habe ich jetzt das Acrylgel, also alles runter geholt, Acrylgel bin ich jetzt auch schon am auffüllen. Zwischendurch habe ich dann auch noch mal ein bisschen gefeilt und ja, es gibt da ja eigentlich nicht so viel zu zu sagen, sage ich mal, ich wollte dich nur daran teilhaben. Nachher geht es dann gleich los, dass ich die Farbe auftrage und ihr könnt mir einfach noch ein bisschen zugucken und dann sehen wir uns am Ende wieder. Bis gleich, meine Lieben! Bis zum nächsten Mal. 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 blau, ganz dunkles blau Glitzer, werdet ihr bestimmt sehen, sieht auch mega klasse aus ich hoffe das Video hat euch gefallen gebt mir einen Daumen hoch über ein Abonnement würde ich mich natürlich freuen wie gesagt, wir rücken der 250er Verlosung immer weiter also wir kommen dem immer näher es dauert nicht mehr lange und dann bedanke ich mich bei euch und bis zum nächsten Mal, eure Claudia Tschüss Tschüss